Kier Vajokar ist ein neukaledonischer Fußballspieler, der für FC Gaiche in Numea und für die neukaledonische Fußballnationalmannschaft spielt. Er spielt auf der Position des Mittelfeldspielers und ist zudem Kapitän der Nationalmannschaft. Karriere Vajokar spielte von 2003 bis 2006 bei As Magenta, bevor er im Sommer 2006 zu As Lussi wechselte. 2007 gewann er den neukaledonischen Pokalwettbewerb. Nach der Saison 2006-2007 unterschrieb er erneut einen Vertrag bei As Magenta. Im Frühjahr 2011 verließ er den As Magenta und unterzeichnete einen Vertrag bei FC Gaiche. Für sein Land spielte der Stürmer bei der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2006 und 2010. Dabei schoss er sieben Tore in 15 Qualifikationsspielen. Er erzielte am 25. August 2007 beim Spiel gegen Tahiti das erste Tor in der gesamten Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010, als er in der neunten Minute einen Strafstoß zum 1 zu 0 entstand, verwandelte. Erfolge Neukaledonischer Pokalsieger 2007 シーン 2007 2 3 4 7